Hey Leute, so heute Abend nach Eschwege. Ich habe mir dann doch eine kleine Maus gekauft, ich habe es ja noch keinen Namen, das ist sie, sie ist echt süß, er hat auch in die Zunge und ein Mund, genau. Sie hat dieses süße Täckchen von Steif mitgebracht, wunderschön. Und eben diesen Schnulli, ups, Sanuk. Ich habe sie quasi so mitgenommen. Ich habe noch keinen Namen, vielleicht schreibt ihr mir in die Kommentare, was ihr vorschlagen würdet. Genau, sie hat eben auch einen Bauch, zeige ich euch noch kurz. Und dann wird irgendwann mal ein ausgegliches Video kommen, Details und so. Dann haben sie den Bauch und... Ich denke, jeder weiß so ein bisschen, wie die aussehen. Okay, ich hoffe, ihr hattet auch alle einen schönen Tag in Eschwege. Und in dem Fall bis zum nächsten Video. Biegen Sie rechts ab, A4, B40, Richtung Würzburg. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Dann fahren Sie hin. Dann fahren Sie es wieder. Dann fahren Sie bis zum nächsten Video. Dann fahren Sie wieder auf das Paretage.